Ja, ich habe es ja auch in meinem eigenen Freundeskreis gemerkt, was dieses Turnier auf U21-Ebene schon, ja auch hier in Deutschland, ja schon eine kleine Euphorie ausgelöst hat und deswegen kann man sich nur vorstellen, wie es halt wäre, wenn man bei einem größeren Turnier dabei wäre und ja deswegen, klar, das Appetit auf mehr gemacht. Ist es auch dein persönlicher Anspruch und dein persönliches Ziel für die kommende Saison auch für die A-Nationalmannschaft zu spielen? Ja, ich war ja jetzt schon einmal dabei und das hat natürlich auch Appetit gemacht und ja deswegen, ja ist das natürlich etwas, wo ich auch gerne wieder dabei wäre, aber ich weiß auch, dass das in erster Linie nur über Leistung geht und dass wir da auch für im Verein erfolgreich sein müssen und deswegen geht es jetzt erstmal wieder darum, sich im Verein gut vorzubereiten und dann ja gute Leistung zu bringen. Wie lange hast du gebraucht, wie lange hat es gedauert, um den Frust, die Enttäuschung über das verlorene Finale mit der Nationalmannschaft zu verkraften? Gute Frage, ganz genau kann ich nicht sagen. Es hat sich einfach so, ja es war so, dass es sich schleichend, dass es schleichend weniger geworden ist in den Ferien würde ich sagen. Am Anfang war es schon noch, ja sehr, sehr groß, das Gefühl der Enttäuschung und auch so das erste Mal, wo man dann nach Hause gekommen ist, dann wirklich alleine war, hat man dann realisiert, was das für eine verpasste Chance war. Und ja, es ist dann aber in den Ferien, je mehr Ablenkung man hatte, ist es weniger geworden und jetzt geht es dann auch wieder darum, sich auf den Verein zu konzentrieren. Ich glaube einfach, dass es eine ganz wichtige Erfahrung war, mal wirklich diese fünf Spiele, die wir hatten, über so einen Zeitraum von ja wirklich nur knapp zwei Wochen, jeden dritten Tag zu spielen. Und natürlich auch die Erfahrung, dass wir wirklich fast einen Monat aufeinander gehockt haben, im Hotel gehockt haben und das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die man machen muss, die auch nicht immer ganz schön war. Aber ich glaube, jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen früh, um das zu beurteilen zu können, was es wirklich für meine Entwicklung gebracht hat. Aber ich glaube schon, dass ich einige Dinge mitnehmen konnte, gerade was den Spielrhythmus angeht, was diese Turnieranfahrung angeht und deswegen glaube ich schon, dass mir das weitergeholfen hat. Deine U21-Zeit ist mit dem Turnier ja definitiv zu Ende gegangen. Gab es hinterher schon mal irgendwie Signale, wie es weitergehen könnte, so mit Blick auf Anfang September, da stehen ja wieder Länderspiele an? Gab es bis jetzt noch nicht, nee. Und vom Trainer Stefan Kunz, so ein Abschluss-Feedback-Gespräch, irgendwas, weil es ja schon ein Einschnitt geht ja jetzt weiter in die nächste Altersstufe. Also hat der das nochmal eingeordnet für dich, wie er zufrieden ist? Nein, also es blieb auch gar nicht so viel Zeit, mit jedem persönlich zu reden. Wir hatten nach dem Finale noch eine kleine Feier. Am nächsten Tag war dann Abreise schon und da blieb auch einfach nicht die Zeit, mit jedem persönlich noch darüber zu sprechen, wie es weitergehen soll. Ich denke, es ist ja auch nicht seine Entscheidung, er hat uns jetzt abgegeben, den älteren Jahrgang und dann ist ja jemand anders dafür zuständig.